Aktiviert die Glocke! An der Sonnenwände, die von Bossen fallen gelassen werden und natürlich durch das Plündern einer Jägerleiche. Durch die gesammelten Ereignispunkte lassen sich diverse Dinge freischalten. Wenn man also gerade keine Lust hat die Wurfachs zu benutzen, kann man auch einfach abdrücken. Zum Beispiel mit der Evergreen. Oder man kombiniert einfach beides. Hunt Showdown ist ein spannender und anspruchsvoller PvP-Ve First Person Shooter. Demnach sollte man immer das richtige Werkzeug dabei haben. Naja, oder diese Winfield Zwift, ebenfalls durch die gesammelten Eventpunkte freizuschalten. Oder vielleicht doch lieber den Kavallerie Säbel in Kombination mit dem neuen legendären Jäger, Advokat des Teufels, benutzen. So, jetzt gehen wir aber mal in-game. Wir sind hier oben, oben links sind wir. Oben links, ja. Soll wir sofort nach links weitergehen? Vorne rechts, oder? Oder links? Kann man auch machen, ja. Super abgesprochen. Perfekt, let's go. Super abgesprochen, ja. Soll man da vorne links? Oh, rechts, ja. Lass uns nach rechts gehen. Oh, alles klar. Dann gehen wir nach links. Was, jetzt rechte? Keine Ahnung. Das war das nächste. Das hier vorne gleich. Hier. Total egal. Ja, okay. Nehmen wir das hier. Let's go. Das hier vorne drin? Ja. Achso, nee. Ich muss ja F gedrückt halten. Was? Ja. Was? 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 Man mag hier in diesen Gebäuden immer lang laufen. Ja, ja. Weil du kannst halt durch jeden verdammten kleinen Spalt durchschießen. Ja. Und das ist echt mies. Ja, die Soundengine ist grandios. Richtig krass. Also wenn man sich was abschauen kann, hier, dann ist es auf jeden Fall schon mal die Soundengine. Die ist halt jetzt einfach, also von allen Games am krassesten. Wirklich. Die schock ich allein schon. Das ist Wahnsinn. Aber es passt halt hier auch, weil natürlich ja auch die Spieleranzahl so gut mit reinkommt. Wenn du jetzt hier natürlich mit 60 Leuten rumlaufen würdest, dann wäre es natürlich schwierig. Das wäre ein bisschen krass, dann gibt es dieses Battlefield Feeling mit den Steps, die du überall hörst. Gutes, gutes Ding. Also wenn jemand einen Extraction Shooter spielen möchte, wenn man es mal so nennen möchte, PvP mit diesen Extraction Möglichkeiten. Ja, kein Bock hat auf Hazard Song. Der sollte vielleicht... Auf jeden Fall Hand vorbeischauen. Hand. Das bietet weitaus größere Mechaniken. Und es ist noch im Angebot. Es ist noch im Angebot. Ich glaube noch bis zum fünften Ersten. Solange geht nämlich das Wintersonnen... Wie heißt das? Wenden Event. Oh, warte. Hier vorne. Das sind Hunde. Da müssen wir aufpassen. Hunde sind ekelhaft. Das sind voll viele. Hunde einfach richtig schreckliche Gegner. Ich glaube, die haben uns gesehen. Nee, das ist ja kein Scheiß. Nee, das ist gut. Nee, nee. Die haben nur Hunger. Ist alles in Ordnung. Okay, ich gehe über rechts lang. Ja, ich folge dir. Danke für die Info. Okay, nice. Ich seh dich. Finde ich gut. Ich seh dich auch. Es ist ziemlich dunkel. Aufgrund dessen, dass du so einen schönen türkisen Schimmer um dich herum hast. Da vorne ist was. Da vorne direkt links. Auf 90, 85. Da schießt auch was. Dann lass uns da mal mitmischen. Rechts. Vorsicht, Zombie. Ja. Ich hab noch keine Raben gesehen. Auch weiterhunden. Raben noch nicht. Nein. Oh, das ist ne Hive, ne? Das ist so ne alte. Ja, so ne Hive. So ne alte. Hive alte. So ne Hive. Heifer, Heifer. Ich gehe hier durch das Ding. Sieht gut aus. Wie ist es hier kein Gegner? Vorsicht Raben. Ich mach. Ich untersuche den Hinweis. Ich hab Kavanjai gelesen. Kavanjai ist die Sprache hier. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben 16 Eventpunkte. Oh, nice. 10.000 ist Maximum. Prima. Jetzt. In der Runde. Hier vorne ist was drin. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Weihnachtsbaum. Aber hier ist nichts drunter. Ja, warte. Kein Weihnachtsbaum? Ey, aber das ist mal ein wirklich geil desiginter Weihnachtsbaum, ey. So würde mein Weihnachtsbaum auch aussehen. Einfach ein bisschen Klopapier. Am besten noch benutztes. Einfach Klopapier. Nice. Und reinhängen, Alter. Ein paar Kerzen drauf. Perfekt. Ich find den schön. Das ist genau mein Deko-Style, Alter. Das ist wie ein Hive. So, wir warten auf 9. Warte mal. Der nächste ist auf 165. Ja, wir haben schon. Wir haben schon. Da vorne ist ja das noch weitere Einnehmers. Aber wir können ja theoretisch zum Boss. Was ich erstmal nicht empfehlen würde. Ja, eben. Lass die anderen den Boss machen und wir machen dann, ne? Wir nehmen dann das Bounty den anderen weg. Ja. Hier sind Enten. Quack. Hier gibt's auf jeden Fall Monitoren. Wie macht die Ente nochmal? Ich hab das grad nicht so... Quack Quack. Schön. Schön. Die macht Quack Quack. Ich geh dahinter. Oh, da hinten. Ballert's aber. Wo geschießt denn? Ach, die sind beim Pitching. Hier, hier, hier. Hier, hier. Geschenke. Warte, warte. Ich will das auch. Nein. Warte mal, ist das automatisch kaputt gegangen? Plus Sex. Ja, nice. Ich dachte man muss das erst kaputt hauen. Nee, du hast es kaputt gemacht. Entschuldigung. Toll. Wieder Weihnachten versaut. I'm sorry, Alter. I'm sorry. Also die sind da beim Krematorium schießen die, glaub ich. Die machen den Boss da. Ja, dann lass uns da easy ransneaken. Oder rechts? Ja. Dann lass uns ransneaken an die Gegner. Und dann nehmen wir denen das Bounty ab. Das ist guter Plan. Ich hab eh Bock auf den Schokoriegel. Haha. Die typischen Handwinze. Äh. Da vorne ist ein Aggro-Mann. Der kämpft. Ja, ja. Der kämpft. Da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Scheiße. Knapp verfehlt. Knapp verfehlt. Ja, der ist jetzt da lang. Da lang. Der hat sich in die Büsche verpisst. Oh scheiße. Ich hab gar keine Nackarmwaffe. Fällt mir gerade mal auf. Das war richtig schlau. Ich seh da nix. Ja, letzter Sichtpunkt war hier. Ich versuch's durchs Wasser geben. Da schießt was auch. Kann sein, dass hier vorne gleich was kommt. Das ist close. Das ist echt close. 195 ist das. Ja. Pass auf die rechte Seite auf. Nicht, dass der Dude... Jetzt vor mir. Vor mir. Leg vor mir. Der Bus. Die laufen rechts lang. Ich werf'n Mauli hier rechts lang. Ich werf'n Mauli hier rechts lang. Ich hab'n Hit. Ich hab mich selber weg. Ich hab mich selber in die Luft gejagt. Das ist scheiße. Einer hat Hit. Einer hat Hit. Ich glaub' die sind unten, ja. Sind unten. Hat Hit. Ich lauf' ganz über rechts. Läuft rechts. Einer, einer. Ne, 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 ne. Safe geht nicht. Einer läuft rechts lang weiter. Cyclet über 75, Osten 90. Dürfte jetzt bei dir sein. Nice. Hat Hit, hat Hit, hat Hit. Nice, nice. Er ist dead. Er ist dead. Ich muss Blutung stoppen. Anderer auch dead. Nice. Ich lig hier. Du kannst mich holen. Puh, Junge. Das ist noch ein Zombie. Pass auf. Ja, ich wollte grad... Ich musste Blutung stoppen. Aber da war der Tick schon zu schnell. Alles gut, alles gut. Da holt er mich. Uiuiui. Du wirst aufgehoben, ey. Fuck. Der hat ne Longhand. Chance ist besser. Das hat gefühlt mehr Schaden gemacht. Ich nehm das. Wahrscheinlich das gleiche, oder? Ja, ich behalte meine. Das ist weit. Das schaffen wir nicht. Lass uns einen anderen Boss kümmern. Aber warte mal. Können wir nicht da im Krematorium das Ding machen? Dö. Weil... Da geht doch was. Ja. Nice. Plus eins Verbrauchsgüter. Hm. Pff. Stimmt. Na dann let's go. Pff. Ho. Ah. Ho. Oh. Ach. Ich hab Scheiße gebaut, hier ist n Ted. Ja, ich hab's nur gecored, in Wirklichkeit ist gar nicht gut. Muss Blutung stoppen? Jaja. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Warte, muss auch Blutung stoppen? Kriegt man pushen? Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Muss mich erst heilen. Hasten? Nee. Der ist immer noch im Leben. Muss mich heilen. Okay, bin Full Heal. Bin auch wieder da. Letzte Position war hier irgendwo. Ja, ist aber nach links gecycelt, bisschen so Richtung 300. Das letzte Mal, dass ich Stepster gehört habe. Sollen wir ein bisschen nach hinten weg, nach Süden? Ja, lass mal ein bisschen weg, damit wir ein bisschen senken. Wo sie verschieben, einfach kurz ein bisschen. Hat der sich vielleicht selber mit der Ding weggespringen? Das kann sein, auf einmal ist es ruhig, ne? Hier ist ein Tote auf jeden Fall, aber der kommt da nicht dazu. Oh, nice. Wir hatten ne Axt, oder so. Warte, hier liegt ne, hier liegt ne Sparks. Schrotflinde ist es, glaube ich. Ja, nee, ich brauch nichts, ich bin alles gut hier. Der hat auf jeden Fall Dynamit nach mir geschmissen, aber... Ja, ja genau. Also der hat irgendwie was angezündet, dann hat es geknallt und dann war komplett Ruhe. So, also es kann schon gut sein, dass er sich selbst in die Luft gejagt hat. Steht der hier wieder auf. Ist das hier noch ne Bombe oder so? Ist das ne Tripwire? Das sieht so ein bisschen so aus, als wäre es eine gewesen, ja. Ja, aber die ist, aber die ist down. Du kannst... Das ist Geld. Das ist Dollar hier. Das ist Dollar-Dolaris. Dollar-Dolaris. Aber hier ist nichts mehr passiert seitdem, ne? Ne. Ich nehm' mir schon mal Sachen zum Werfen oder so. Ich hab' keine Ahnung, ey. Ich vergesse das mit den Bossen immer, weil ich mach' die Bosse nie. Ich lass' die eigentlich immer killen und versuch' dann PvP-mäßig das Bounty zu holen. Ab mit so ner Brandding. Ich hab' auch so ne Fackel hier, ja. Mit so ner Haftbomben bekam man die richtig krass. Stimmt, Haftbomben gehen immer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, hier oben. Ey, hier ist ein Spieler. Hier ist ein Spieler. Okay, okay. Oder? Zeig dir mir das mal. Ne, warte mal. Es leuchtet weiß. Es leuchtet weiß. Also eigentlich dürfte da kein Spieler mehr sein. Aber hier ist, wenn es hier rot ist, ist das ein Spieler oder ist das die Anzeige für den Boss? Das rote komplett drumherum ist die Anzeige für den Boss. Also seine Lebensenergie. Und was, und was pinkt ist. Ne, ne, ne. Oh! 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 Hat zwei Hits? Äh, haben wir hier noch irgendwie Feuer oder so? Hehehehe. Richtige Trottel hier im Chaos unterwegs, Alter. Voll geil. Warte, warte, warte. Oh! Oh, er ist wieder. Ich geb' ihm. Oh! Ich hab' keine Mille. Ich hab' nur. Ich geb' ihm noch eins. Oh, er hat mich angeschockt. Ich blute. Ah, er hat mich mit Spritzen. Nein, geh weg von mir! Aaaaah! 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 Ich bin fast down! Er ist das! Er ist das! Er ist das! Er ist ins Feuer gelatscht! Ja. Ja. Müssen wir jetzt nur kurz warten. Und dann können wir den verbannen! 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 Verbrennen jetzt ein bisschen länger. Ja, ich glaub, ähm... Es waren die guten. Die guten Brand. Die guten Brand-Dinger. Ah, jetzt hat's! Pass auf! Geht? Jaaaa! Nice! Nice! Oh, here we go! Trophäe! Brennt immer noch irgendwie, ne? Ja, ja! Zack! Let's go! Mach mal da ran! Soll ich mal gucken, ob da einer ist, Hugo? Okay, ich hab... Äh, ja, wir haben ja fünf Sekunden. Mach du die erste Sekunde dann! Ich guck mal, warte! Äh... Ja! Westen! Westen, okay! Okay. Ich mach nochmal. Mhm. Nur um sicher zu gehen. Ich will verschwenden. Nee, Westen, ja. Rot gezeigt. Okay. Ey, wer denn ist das? Dieser eine Dude... Ah, scheiße! Hier war ja ne Falle! Warte, ich... Oh nein, da ist auch noch ne Falle! Ich muss mich kurz hinten wieder heilen. Genau das, Alter! Genau das! Ich guck mal kurz, ich verschwende mal ne Sekunde, ob irgendwas näher kommt. Lass uns Süden-Osten raus. Ja, immer noch Westen, ja. Süden-Osten rausgehen. Okay. Wie viel hast du noch? Zwei! Von den Dingen? Zwei? Okay. Boah! 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 Das ist so krasses Game, Alter! Jedes Mal, wenn ich's wieder spiele, es packt mich, ey! Ui! Ja, der ist da! Der ist Nordwesten auf jeden... Ja, dann wartet der an dem Ausgang wahrscheinlich. Der ist hier drin, glaub ich! Was? Direkt? Ja, ja, ich hör den, glaub ich. Bitte mal hier hoch. Ich glaub der ist hier drin. Ich hab noch eine Sekunde, ich würde die jetzt ungerne... Fuck! Okay, hab mich genockt. Cool! Ja, da ist der Ausgang halt, ne? Ich guck nochmal. Das ist weiter rechts vor der. Da, ja, okay. Da, ja. Vielleicht kriegst du ihn von da oben. Vielleicht, ja. Der hat auf jeden Fall einen Sniper. Boah, Alter, das ist echt kacke. Also er sieht auf jeden Fall, wenn du an den Punkt gehst. Der sitzt immer noch am gleichen Punkt mit Sicherheit. Immer noch weiter rechts. Also wenn du von da aus erschossen wurdest, dann müsste der ja von hier geschossen haben. Also in nordwestliche Richtung. Der sitzt irgendwo in dem Busch da. In den Büschen. Ich glaube ich hab's selbst gehört. Alter. Ja, das war's. Ja, hab ich ihn kurz gesehen. Krass. Nicht mehr gesehen. Das dicke Sniper-Rival. Ich dachte... Das ist mit fetten Spitzer-Munition und so, okay. Krass, ey. Was? Egal. Hat trotzdem Bock gemacht.